Norddeutscher Rundfunk 2021 Többisch gegen Kasakus! Ah, noch mehr verräterische Hunde. Ich hätte wissen sollen, dass man Söldnern nicht trauen kann. Hälft mir, meine Freunde zu befreien. Dann helfen wir euch gegen Kasakus. Ah, Priesterin Xyrella. Onyxia hatte Recht. Wenn ihr den letzten Splitter kriegt, bringt ihr ihn zu mir. Und da seid ihr. Onyxia? Lasst euch drücken! Die Naru führen meine Hand. Das hat ja lang genug gedauert. Soll das ein Danke sein? Ach, egal. Holen wir ihn uns! Ich bin ein Genugon zu kämpfen! Guten Freunden gibt man schon mal ein Stückchen. Die Macht des Naru ist jenseits eurer Vorstellungskraft. Lasst es mich euch zeigen! Ich kämpfe für Kariel. Ihr, Kasakus, werdet für eure Verbrechen bezahlen! Fürchtet meine Klinge! Die Naru führen meine Hand! Danke, Tevis-Sturmlanze! Seine Magie ist stark, aber gemeinsam können wir Kasakus besiegen! Die umwändigen Elemente durchsteuern mich! Lasst euch drücken! Wölfe! Das war ein faszinierender Fesselsauber. Ich muss noch viel über Frostmagie lernen. Ich habe mich bewiesen! Ich verlange Antworten! Ein neues Rezept! Ich bin der Kamal! Ich bin der Kamal! Hier kommt der Sturm! Lasst euch drücken! Frostwölfe! Wölfe! Habt ihr schon der Hilfe? Fürchtet meine Glühle! Ihr werdet mir antworten! Die Nahrung fuhren meine Hand! Das war's! Ein neues Rezept! Tauren, wir haben nach unserer Freundin Kariel gesucht. Sie ist im Kampf von der Brücke gefallen und wir befürchten das Schlimmste. Habt ihr sie gesehen? Ihr werdet mir antworten! Teuer! Das hat ja lang genug gedauert. Soll das ein Danke sein? Ach, egal! Holen wir ihn uns! Ich bin alt genug, um zu kämpfen! Fürchtet meine Glühle! Danke, Tevis Sturmlanze! Seine Magie ist stark, aber gemeinsam können wir Kasakus besiegen! Die unbändigen Elemente durchströmen mich! Seht zu und er zittert! Die Nahrung führen meine Hand! Huah! Ihr werdet mir antworten! Die Nahrung führen meine Hand! Feuchtet meine Geist! Die Nahrung führen meinen Hand! Völsch님�, mein Geist! Hier kommt der Sturm! Hier kommt der Sturm! Und hier kommt der Sturm! Menschen, die Kそう! Hüße an und hier kommt der Sturm! Ich komme zu spät. Viel zu spät. Die Splitter sind fast von der Leere verderbt. Bald werdet ihr sehen, wozu ich fähig bin. Feier! Füllstet meine Glebe! Was, Wölfe? Gebt auf, Kasakus! Ihr könnt uns nicht alle schlagen, wenn wir zusammenarbeiten. Ganz im Gegenteil, närrische Söldner. Jetzt erlebt ihr die wahre Macht, Kasakusans. Ganz recht. Zu niemandes Überraschung. Bin ich ein schwarzer Drache! Hooray! Hooray! Hebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017